Meine liebe Jugend, liebe Gäste, dear guests, welcome on a wonderful day, welcome in the front of the City Hall. My name is Siegfried Nagel. I have the honor to be the mayor of this city. Ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen als Bürgermeister hier an diesem wunderschönen sonnigen Tag vor unserem Rathaus. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, bei allen Polizistinnen und Polizisten, unseren Polizeischülerinnen und Polizeischülern, aber auch bei allen Volontiers, bei allen Freiwilligen. Und ich bin schon so froh, wenn es morgen losgeht. Wir sind alle ziemlich nervös und angespannt. Wir haben letzten Endes eine ganz, ganz große Anzahl von Gästen. We have 2.700 Athletes here in Styria, in Schladmingen, in Ramsau and in Graz. Welcome to all of you, from all over the world. Welcome in a wonderful city, a city of a lot of boys and girls from school with more than 60.000 students. Graz is a city that are living more than 150 nations together, with all their languages, with all their talents, with all their religions, with their different cultures. And we are a human rights city. And we try to show the rest of the world that it can function. When you see now television and you see all the problems on our planet, I think these games will be wonderful to show the world how it should work. Wir möchten mit diesen Spielen, meine Damen und Herren, der ganzen Welt beweisen, dass eine Stadt, in der Menschen aus 150 Nationen leben, dass eine Stadt, in der diese Menschen all ihre Talente, Kulturen, ihre Sprachen, ihre hundert verschiedenen Religionen einbringen, es doch schaffen können auf diesem Planet. Und wir arbeiten für die Integration, wir arbeiten für die Inklusion. Und in Styria und in dieser Stadt, wir sind erfolgreich, wir müssen in der Zukunft einbringen. Wir müssen viel in der Zukunft machen, aber diese Games machen uns able, zu zeigen in der Welt, von einer Menschenrechte Stadt, dass es möglich ist, zu leben mit handikappten Menschen zusammen, um ihnen eine gute Bildung zu geben, um ihnen einen guten Job zu geben, um ihnen eine gute Lebensqualität zu geben. Das ist der Grund, warum wir diese Games in Österreich wieder haben. Und ich danke allen Menschen aus dem Olympischen Organisation Team, dass es möglich war, dass es für eine zweite Mal in Österreich zu bekommen, und insbesondere für die erste Mal in die Stadt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die es möglich gemacht haben, dass wir noch einmal drankommen. Und damit Sie eine Ahnung haben, was diese Polizistinnen, was diese Polizisten zustande bringen, seit dem Jahre 1981, als in Amerika ein Polizist diese Idee hatte. Sie laufen durch das jeweilige Land und sammeln Spenden. Im Jahr 2002 haben die Polizistinnen und Polizisten in den Vereinigten Staaten 20 Millionen Dollar zustande gebracht, weil es möglich ist, diesen Polizistinnen und Polizisten ausnahmsweise ein Bestechungsgeld zuzustecken, aber nur für einen guten Zweck. Das war die Idee. Das war die Idee. Es war eine große Idee. Für so viele Jahre. Ich danke Ihnen als ein Mayor, dass Sie das gemacht haben. Und ich bin sehr glücklich, weil ich Sie morgen in Schlafheim sehen werde. Und dann diese Torque-Rund, diese Final-Wag, und diese Torque-Rund starten. Wir brauchen Freunde in der Zukunft. Das habe ich allen noch einmal gesagt. Danke an diese Polizistinnen und Polizisten. Du hast einen tollen Schlaf gemacht. Danke. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Let's start it up. Danke. Danke. Danke für den Jürgenmeister Siegfried Hagen. Ja, es ist eine riesengroße Ehre, dass Österreich Gastgeber ist für das weltweit größte Sport- und Sozialevent des Jahres. Begrüßen Sie nur mit mir. Danke. Danke.